So meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Runde, neuem Spiel, neuem Weißer Geier, neuem Glück, genau, von COD. Äh, Sprengkommando, ich weiß nicht, wo ich am besten stehen soll, aber ich höre hier schon die ganze Zeit irgendwas rumschießen, deswegen würde ich sagen, ich bin hier irgendwo falsch. Wir sind hier auf der Map Cargo. Auch nicht, ja, okay, die Runde würde ich sagen, geht sehr, sehr schnell vorbei. Achso, die ist in Schrift. Ne, dann möchte ich bitte meine NPC mit haben. Der Sieg ist unser, ihr Ficker. Achso, der Swarm ist explodiert, okay. Oh ja, das war ein Handy von mir. Welcher Sieg? Geißer. Lauter. Schreckt ihr, welcher Sieg? Das will ich sehen. Das will ich sehen, dass du siegst. Der Map Cargo. Geht auf, was du sagen. Woher öffnen? Halt's ab. Ich hab dich lieb, nicht wahr? Halt's mal. Sieht gar nicht gut aus für mich halt gerade. Wow, ich hab gerade mal einmal mit meinem Blitzschlager das L getötet, geil. Ich fühle mich cool. Hallo. Schau mal, schau mal, schau mal! Besser. Nein, warum immer? Vorhin gleich zweier auf einmal. Hihihi. Wow, auf einmal, ey. Echt? Komm ich? Wohl da die ganze Container, ja. Ich doch, nee, ist mir auch egal. Nicht, weil, ich meine, das ist ein Cargo-Ding hier. Und das sind immer ein Schutzstellen, wo ihr euch verstecken könnt. Du kannst sie so... Da, kommt von hinten. Ja, komm, wechsel, wechsel, wechseln. Oh. Da ist was explodiert. Okay. Ah! Matrix! Ich wäre bestimmt... Ich wäre fast tot gewesen, also... War ganz knapp, lieber mehr. Bestimmt fast, ist aber nicht tot. Ich weiß. Ich weiß. Na klar. Warum auch nicht? Logisch. Ja, wo sind wir noch? Eine verbündete Konterdrohne nähert sich. Nein! Meine Drohne! Ihr hässligen Fakibastus, wisst ich nie was, Spassibastus. Ich kann nicht gelingen, Fakibastus. Ich kann nicht beleidigen, ich kann nur schießen. Hier ist was von mir explodiert. Wom auch nicht. Also... Alter, ich werde hier so gut gerade eingekesselt. Ach, hier, Gegner. Scheiße. Die Bombe läuft ja schon. Ich dachte, das ist einer von mir. Ach, dankeschön. Ich bin gleich wieder da. Meine Maus, die leuchtet schon jetzt. Ja, es... Also, ich brauche nichts machen. Also, meine Person läuft irgendwie selber. Jetzt nicht mehr. Ja! Du wirst doch Idle wieder sterben. Du brauchst es doch gar nicht erst versuchen, hier reinzukommen. Nein! Nein! Och, Mensch, der Kunde hat dich. Unfair. Was ist das doch eigentlich? Eine Wiming-Kunde? Ah, ich habe noch mal ein Kill geholfen. Ah, ich habe noch mal ein Kill geholfen. man darf also zu springen also entschärft sie doch und ich habe sie nicht doch ein wana was im eingang alter sagt man hast du mehr bots als wir nein aber ich habe gerade die drohnen laufen deswegen war es gerade gut die drohne richtig lustig für die höchsten er doch ich habe doch jetzt sie das konzert der wald ja und ich war vor kurzem hier einfach mal elektronik laden xy und ich habe mir einfach nur gedacht so eine drohne das wäre jetzt so richtig richtig nice einfach mal dafür sind sind lebt und es wäre schon ziemlich nice das ist ein teuer sie müssen gehen Prozent der Medi-Markt bei uns kostet eine tausend ja es gibt für 400 Uhr so habe ich die Belegste in den Dienstes kurz zu sehen in 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 ach wo waren das wir haben auch minimax aber in 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 xy äh in 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 bauzi kommt leute entschärft das ding wir dürfen nicht verlieren nein ja sie war halbzeit wie lange ist jetzt nicht folgendes mit zimmer hoch ja ich glaube ich mache jetzt sie einfach nur weiter warte 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 nein es geht einfach los ja ich kann gesprochen was die feindlicher todbringer läuft warm jetzt schon na alter einer von euch fängt mit dem todbringer rum das macht ja so gar kein spaß ja ich kann nicht dafür du könntest auch umlaufen verbündete vorräte unterwegs und verbündete vorräte auch noch geil ja schön ist jetzt eine bombe von uns explodiert nein jetzt mal das war auch nicht ich die drohne steht bereit verbündete drohnen er sich ja 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 Oh. Woah. Woah, woah. Und jetzt geht's los. Ja, mit dem Messer wieder, Mann, du Lack mich doch, der Affe Ja, komm, komm, mach die Bombe wieder hin Mach die Bombe wieder hin Warte, ihr kommt ja alle von dort hinten Was soll denn das? Nein, meine Drohne geht gleich kaputt Ah, Drohne kaputt Nein Nein Ey, wofür bin ich denn hier eigentlich, wenn die nicht hinrennen? Was ist denn das? Das ist eben der Nachteil, wenn du mit Bots Mit Bots machst, aber Ja, wir können auch richtig online zocken, aber Da hat sie sogar vor sich gestellt Also jetzt, jetzt kommt der, wollte er sich sogar schützen Ja, die Fresse, ich will hier gewinnen Oh, ist schlimm Ja, scheiße Äh, Alter Äh, warum? Kommt bei dir auch, dass du verloren hast? Äh, ne, sieh Du hast jetzt die Runde verloren, jetzt ist es unentschieden Und jetzt kommt das noch mal So, ich würde sagen, aber ich mach mal kurz hier Bad Ben und nicht so ist heute am Ende der Spotschaft für mich der Gäste weil er geblieben und wenn ich einen Runden schreibe ich noch mal sie wollte und bis zum nächsten Mal sagt der Mensch und wird unterliebe und du musst den Namen sagen Mertre und Ciao